hi und willkommen zu einer neuen review auf training.net mein name ist peter schmidt und ich stelle euch heute die one more kopfhörer vor technisch sollten sie eigentlich wesentlich besser sein als die pisten mit 113 db haben sie 20 13 db mehr und 32 ohm ist eigentlich doppelt so viel wie bei den standard pisten kopfhörern die frage ist können diese spezifikationen überzeugen aber schauen wir uns erstmal das design und die verpackung an die one more kommen in so einer stylischen verpackung die ein bisschen aussieht wie ein diamant dann haben wir hier so ein rundes gummi case wo die kopfhörer eingebettet sind auf der anderen seite haben wir natürlich das kabel drin versteckt plus ein paar verschiedene kopfhörer und ohrstopfen größen die one more sind wie die pistons aus metall gefräst mit diesem gold überzug der echt edel aussieht dazu gibt es das keffler band das sehr stabil und reißfest ist und was sich auch auf jeden fall beide kopfhörer teilen ist die fernbedienung die mit zwei klicks auf der einen seite und eigentlich auf der anderen seite für lauter und leise sowie vorne und hinten spulen kann und auch noch ein kleines mikrofon bietet dann haben wir noch den vergoltenen klinkelstecker und das ist hier eine besonderheit bei dem one more kopfhörern das ist ein kleiner ohrstöpsel natürlich kann man auch den ganz normalen schaumüberzug nehmen hinten links oder diesen ohrstöpsel der für mich ein kleiner geniestreich ist denn dadurch hält der kopfhörer wesentlich besser in den ohren schauen wir uns das ganze mit den normalen pisten kopfhörern an und die steckt man einfach ins ohr es gibt verschiedene kappen und in der regel halten die in ihr kopfhörer auch recht gut manche leute werden probleme damit haben aber die regel ist eigentlich ziemlich guter halt wie sieht es mit normalen kopfhörern an die haben immer das problem dass sie schnell rausfallen und da kommt dieser kleine stopfen dieser pinnöppel zum einsatz den klemmt man sich oben ins ohr und damit sollen die kopfhörer wesentlich besser halten und ich finde das tun sie auf jeden fall ihr habt auch bestimmt schon sehr viele kopfhörer in den ohren gehabt egal ob es im flugzeug die günstigen sind oder mitgeliefert beim smartphone die passform und der sitz waren eigentlich jedes mal miserabel da sind die one more wesentlich anders und ich finde sie sitzen wirklich gut in den ohren aber jetzt kommen wir zur entscheidenden frage sind die one more besser als die pistons und da muss sich eine klare absage erstellen die one more sind keine in ihr kopfhörer und natürlich bei in ihr kopfhörern ist der bass wesentlich intensiver es geht tiefer ins ohr tiefer ins trommelfell man spürt den bass viel intensiver als bei ganz normalen kopfhörern die außen an liegen ich habe die kopfhörer mit verschiedenen soundstilen ausprobiert egal ob rock ob pop ob jazz egal bei welchem soundstil die kopfhörer überzeugen nicht wirklich der sound ist wirklich flach was ist so gut wie nicht vorhanden zwar können die kopfhörer wirklich laut werden aber das hört sich in ganz hohen lautstärken nicht wirklich gut an es war immer objektiv aber sehr viele leute sagen das hört sich nicht gut an und die pistons sind da wesentlich besser und bringen den bass und den beat viel besser rüber als die one more jedoch kann man den sound ein wenig verbessern wenn man ein show me handy besitzt und den einstellungen den equalizer auf normale kopfhörer setzt dann wird der bass ein bisschen intensiver aber immer noch minimal im vergleich zu den normalen pistons deshalb mein fazit vergleicht man die one more mit den pistons liegen da welten zwischen die pistons haben deutlich intensiveren bass deutlich intensiveres klanggefühl was die one more überhaupt nicht haben es gar kein bass der sound ist sehr flach und es macht eigentlich gar keinen spaß dazu zu hören man erinnert sich immer so ein bisschen an die kopfhörer die man im flugzeug geschenkt bekommt wenn man sich einen film anguckt man kann den sound zwar mit dem xiaomi handy verbessern aber nicht jeder hat ein xiaomi handy mit meinem normalen honor 6 hört sich der sound echt mies an und das ist nicht nur ein objektives gefühl von mir sondern mehrere leute haben es gehört und auch im internet die reviews sind nicht wirklich positiv obwohl man eigentlich bei der qualität der kopfhörer richtig guten sound erwartet dann aber total enttäuscht wird das schlimmste daran ist eigentlich dass die kopfhörer genauso viel kosten wie die pistons und wer da die wahl hat zwischen den pistons und den one more sollte meiner meinung nach immer die pistons wählen denn die haben ein wesentlich besseres sound erlebnis als die one more kopfhörer wobei ich sagen muss dass meiner meinung nach persönlich die one more wesentlich besser im ohr haften durch diesen kleinen pinöppel wo die pistons vielleicht bei manchen ohren etwas zu dick sind aber das ist von ohr zu ohr unterschiedlich manche leute empfanden die one more auch als zu groß und da hielt es gar nicht im rohr somit kann ich sagen für den preis würde ich immer die pistons bevorzugen ich hoffe die review hat euch gefallen habt ihr die one more schon mal getestet oder die pistons wenn ja ab damit in die comments was haltet ihr davon welche kopfhörer findet ihr am besten und mehr videos und reviews zu smartphone tablets oder gadgets findet ihr in unserem youtube channel und alle weiteren produkte in unserem shop auf trading shazam punkt net das war's von mir und viel spaß noch